Musik ist für mich die Sprache des Herzens. Lebensfreude, Hoffnung und Sinn zu vermitteln, ist mein höchstes Ziel mit der Komposition. Ich will damit Menschen inspirieren und ihre Herzen berühren. Klassik und Barock sind dabei wertvolle Quellen der Inspiration, aber auch wunderbare Werkzeuge zur Kommunikation meiner Botschaft. Gerade in unserer Zeit brauchen wir die Schönheit. Unsere Zeit ist durstig danach. Ich bin dabei, sie wiederherzustellen. Ich will zeigen, dass auch heute möglich ist, schöne klassische Musik zu komponieren. Nun möchte ich dich um Hilfe bitten. Als Patron oder Patronin kannst du mir beistellen. So nimmst du teil in Verwirklichung neuer musikalischen Projekte. Du setzt ein Zeichen für die Schönheit, für die Harmonie und für die Kreativität. Bitte vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Stücke, die dir gefallen und dich berühren, zu teilen und zu liken, damit mehr Menschen sich dieser Bewegung für die Schönheit anschliessen können. Ich freue mich, dich auf dieser wundervollen Reise mitnehmen zu dürfen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.